Machen wir mal die Top-Partien. Werden sie aber nicht abschließen, ihr wisst es, die Tots kommen nächste Woche. Wir wollen hoffentlich welche ziehen. Es wird auf jeden Fall welche zu erspielen geben, 89 bis 91 wie letztes Mal. Da wird man dann richtig rasieren können und versuchen können, ein bisschen sich so zu steigern, so die Squads hochzumachen. Darauf lege ich es dann an. Die Icons werde ich, die hohen Rankings natürlich erst dann machen. Wenn alles da ist, ein bisschen gucken mal, was an Content ankommt. Und dann schauen wir mal. Irgendwas passt hier schon wieder nicht. Jetzt muss ich auf meine schlaue Seite am Computer gucken, was ich falsch gemacht habe. Ich habe natürlich irgendwo Erstbesitzer reingehauen. Aber irgendwie passt das jetzt gerade nicht. Die Didi-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di- Norwegen. Egal welcher. Das wäre ja alles ein Dings. Bronze. Ich habe, glaube ich, gar kein Bronze mehr. Dann nehmen wir Silber, wenn kein Bronze da ist. Dann nehmen wir Silber. Aus der MLS brauchen wir mindestens ein. Vier Nationalitäten, mindestens sieben Clubs maximal. Ein seltener. 75 Gesamtbettung. 75 Team Schmier. Elf Spieler. So war ich immer am Anfang von dem ersten Squad. Pedersen, Mario, Fernandes, Jolstad, Sinjan, Grogat, Erstbesitzer, Skilbrett, Gara, Karls Giel, Celera, Valery, Buu, Erstbesitzer. Das war's. So, mal schön, ein paar Tabs runterzubekommen auf meiner Liste, weil die wird auch mal länger. Die wird immer länger, sage ich euch. Wenn ihr die sehen würdet, würde heulen. Girondin, Bordeaux gegen Monaco. Wie steht es eigentlich in der Bundesliga? 0 zu 0. Für 2, 2, na toll. Der HSV hat's mal wieder geschafft, Glück zu haben. Liga, mindestens einer. Zwei aus Frankreich. Vier derselben Nationalität müssen's mindestens sein. Zwei seltene. 77 Gesamtbettung. 75 Team Schmier. Elf Spieler. Spieler im Tor. Bernadoni. Carazza. Samaris. Guenduzzi. Gula Bugi. Diego. Gonzalves. Chiquinho. Sergio. Oliveira. Erstbesitzer. Ricardo Horta. Waldschmidt. Taremi. Baradoni. Baradoni. Carazza. Samaris. Guenduzzi. Gula Bugi. Da bin ich ja schon durch. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich bin halt so schnell. Zu schnell, meine ich Ungarn. Zu schnell. Als nächstes. Neapel gegen Inter. Brauchen wir mindestens ein. Drei aus derselben Liga. Vier aus einem Verein. Zwei seltene. 79 Gesamtbettung. 80 Team Schmier. Und wieder elf Spieler. Musu im Tor. Jetzt vier Geber. Beziehungsweise Hoet. Ich hab die aber jetzt getauscht. Max. Bakayako. Erstbesitzer. Fer. Erstbesitzer. Politano. Erstbesitzer. Itrisi. Götze. Zahavim. Sturm. Haller. Weil ich Politano Android hier reingeklatscht hab. Könnt ihr aber auch Hoppen reinklatschen. Dann habt ihr auch das Rating. Beziehungsweise. Boah. Hab ich mir verschluckt. Es ist dann einfacher zu linken als hier zwei Italiener. Ich hab ein seltenes Goldpack. Jöööö. Hab ich wieder verschluckt. Mama. Was ist hier los? Was ist hier los? Diese Verschluckerei macht mich fertig. Chelsea gegen Manchester City. Warum haben wir mindestens ein? Zwei aus der Premier League. Fünf Vereine maximal. Zwei seltene 80 Sandberg und 85 Team Schmier. Kepa. Erstbesitzer. Cedric. John Bears. Holding. Novak. Fernando. Jennifer Mijara. Erstbesitzer. Eusil. Hulk. Janotovic. Und Perotti. Gibt ein Premium-Goldspieler-Pack. Und es gibt einen neuen Spieler-SBC. Die werde ich machen. Die werde ich machen. Mit Hilfe natürlich auch von den schönen Tots, die dann kommen. Da kann man die schön verlinken mit Messi. Ist ein Argentinier. Ihr werdet es gleich sehen. Es ist Aguero. Ich freue mich auf ihn. Von den States her besser als CR7. CR7 hat natürlich fünf Sterne. Trotzdem die geilere Karte. Aber kostet auch um eine Million. Er ist Endgame. Kann man spielen. Mit 90 Tempo auch spielbar. Ich muss nur bei Foodpin gerade mal gucken, wie der Antritt ist. Ne, dass ich am Ende sage. Ja, Uli. Fuck. Das ist wie trockbar und spielbar. Aguero. Der Junge. Schießen 94. Sieht auch gut aus. Position 98. Finishing 98. Kurzschuss. 93, 88 Langschuss. Das ist ein bisschen wenig. Agility. 87 leider nur. Ausdauer 94. Reaktion 95. Das ist super. Kopfball kann auch ein bisschen. Aber ansonsten. Trippeln 91. Er ist eine sehr gute Karte. Ich werde ihn machen. Ich werde ihn machen. Er ist ein bisschen für mich dann schwer zu verlinken. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hauptsache kriegen wir so ein bisschen vorwärts. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.